Ihr habt Corona schon wieder vergessen. Für mich spielt das keine Rolle mehr im Leben. Okay, ich hab richtig Bock auf Bundesliga. Es geht los mit dem Briefing. Jetzt. Wir haben keine Regie. Doch! Bonjour zu einer neuen Woche bei Bondra. Es ist Montag. Guck mal, wie krass wir anders aussehen auf dem... Kommen wir kurz auf meinen Rechner schalten. Ich hab hier gerade unseren Stream aufgemacht. Und da ist ein Bild aus dem Intro. Wie krass... Ich hab meine Haare aufgegeben. Guck mal, was ich da für eine Frisur hab. Guck mal, meine Frisur. Wie adrett und krass, wie clean hier diese Seite ist. Beide voll schöne Frisuren. Und Leon sieht fast so aus wie heute eigentlich, oder? Von der Frisur. Und jetzt gucken wir uns einen Kontrast dazu an. Ja. Ja. Obwohl, ich find, bei dir stehen so ein bisschen längere Haare besser als zu kurze. Wenn so sieht's jetzt, find ich's cooler. Wenn das jetzt an den Seiten noch kurz wär, wird's cooler aussehen, meiner Meinung nach. Cooler? Cooler, ja. Fresher. Jünger, weißt du? Wild. Wild. Completely wild. Man, jetzt hab ich schon Bock, die Länder jetzt auszufolgieren. Ich mach das direkt. Sobald das Briefing endet, in der Sekunde, wo es endet, knall ich dir alle Länder hin. Guck mal, ich mach jetzt auch immer nur noch so. Ich kann immer nicht mit der Hand irgendwo hin, sondern mit dem Ellbogen. Mach ich so, kratze mich so. Ich bin Profi jetzt nämlich auch darin, Sachen nicht anzufassen. Ja, bei mir, ich weiß nicht. Außer das muss man anfassen, das geht nicht. Wasch mir halt immer nur die Hände, wenn ich irgendwo raus oder reingehe und so. Also, Matteo scheidet am dritten Land. Ihr werdet schon sehen, Chad. Ich bin, äh, oder so. So, lass mal gucken, was letzte Woche paschiert ist bei De Bonge war. Es gibt kein Video. Es gibt kein Video. Es gibt kein Video. Andi hat kein Video gemacht für diese Woche. Andi? Spielt Andi WoW? Hat Andi mit WoW angefangen? Mois schreibt, Matteo startet beim Starten des Spiels. Ja, glaub schon. Andi? Sünkt noch. Sünkt noch. Sollen wir dann als Überbrückung das Best-of von Amateurbohne gucken, was er geschnitten hat gestern? Was? Das können wir heute gucken? Ja, aber das ist 18 Minuten lang. Das können wir nicht ganz gucken. Wir sagen es so, wir gucken es so lange, bis Andis Video fertig ist. Und wir verweisen euch dann drauf, wenn ihr es zu Ende gucken wollt, könnt ihr auf den Kanal von Amateurbohne gehen. Der heißt auch Amateurbohne. 18 Minuten? Und er hat ein Best-of April 2020 geschnitten. Alles zeigen. Okay. Also alles zeigen. Aber wir gucken mal. Solange es uns amüsiert, gucken wir weiter. Das Problem ist... Amüsiert uns sehr. Nee, das Problem ist, ich kann nicht mehr lachen. Also allgemein. Warum nicht? Scheiße, hab ich gelacht. Mann, ich wollte sagen, dass ich nicht mehr lachen kann. Du kannst lachen noch. Nee, kann ich nicht mehr. Bist du dir sicher? Ganz sicher bin ich mir nicht. So, wir gucken mal rein. Aber... Warum kannst du nicht mehr lachen? Streamer sind nicht witzig. Streamer sind nicht witzig? Nee. Wir auch nicht. Sag einen witzigen Streamer. Außer uns, wie sie auch nicht witzig sind. Äh... Wo du lachst. Wo ich lach... Äh... Schwierig. Kommt immer drauf an. Ich finde nicht den Streamer witzig, sondern die Situation dann. Genau. Ganz oft ist so, Alter, was ist mit einer Brille los? Also Situationen können richtig komisch sein. Und hast du gesehen... Ähm... Hast du das Bild von Hand of Blood gepostet, was der gepostet hat von Trimax? Alter, Trimax ist komplett lost, ne? Und das sag ich. Sag ich in meiner Frisur. Das fand ich recht lustig. Ja, fand ich auch lustig. Wie der aussieht jetzt. Ja. Gut, dann schauen wir mal in das Video von Amateurbohne rein. Schalten wir bitte auf meinen Rechner. Und dann... Oh, ich hab richtig Bock. Let's go. Best of April. Ames Sound? Hab ich Sound? Mach 100. Was? Bonsoir. Da bin ich wieder. Lauf doch nicht weg. Ich habe etwas mitgebracht. Ach, der erste ist Leon. Best of April 2020. Was? Oh. Oh. Typischer Amity, ey. Ich hab grad ne Granate in der Hand gehabt. Was? Der ist ein Cheater. Leon ist confirm Cheater. Habt ihr grad gesehen? Guck dich mal diese Beine an. Oh Gott. Ah, ich hab Krampf. Ah, ich hab Krampf. Guck mal Leertaste. Mal, pass auf Stopp. Hast du gesehen, äh, Leon bei Gino beim Sport? Äh, nur die Memes davon. Nicht, äh, wie es wirklich war. So war's. War nicht witzig, ja. So war's. Ja, ich weiß auch nicht, warum geht man mit Gino zum Sport? Das ist halt dumm. Ja, so ist der Leon auch. So wie da. Okay, wir müssen wohl auf die Schienen gehen. Einmal ein Loser. Was soll schon passieren? Was ist das für ein Zug? Der nimmt den kompletten Tunnel aus. Ach nee, das ist so wie wenn man unter ne Brücke geht und dann liegt da ne Leiche von einem Obdachlosen und dann denkt man sich, fuck. Ist abhängig von der Ausgangszahl, die man vorher hatte. Weil man kann nur einen langen Penis Was guckst du dir denn? noch länger machen, leichter. Penis-Schüro. Weil man mehr Grundausgangsfläche hat. Das ist wie, die Reichen werden reicher und die Armen bleiben arm. Grip, sondern Classic. Jetzt warte mal. Das war jetzt wirklich das Fazit. Wenn man einen kleinen Pipi hat, dann kann man den auch nicht größer machen. Genau, die mit kleinen Pipi sind verloren. Nee, das Fazit war, dass der meinte, man kann auch richtig rausholen hinten raus. Also unten. Also wie macht man das? Wenn man dicker ist, dann kann man mehr Penis rausholen, weil da ist mehr verborgen im Körper. Das heißt, dick sein ist gut, wenn du deinen Penis vergrößern lassen willst. Quatsch. Hat er halt so gesagt im Video. Sorry. Sorry. Sorry, Chat. Das sollte keine Geste sein, aber die nehmen hier den Stick irgendwie so zwischen die Finger und spielen dann so. Warte mal. Wenn die irgendwo zwischenrutsen, findest du nie wieder. Ja, das stimmt. Du musst nur einfach hoffen, das ist immer die beste Strategie. Warum? Was passiert hier? Warum kann man... Das war schlimm, der Moment. Das war wirklich ein schlimmer Moment. Matteo in Polybridge ist sehr gut, ja. Das stimmt. Oder Scooter in klassischer Musik. Oh, warte mal, stopp. Wir haben ein Lack. Sorry, ich muss unterbrechen. Achtung, Eilmeldung. Wegen dem Upload. Eilmeldung. Es leckt. Ja. Das Eilmeldung, das Internet in Deutschland versagt. Wir machen jetzt das Video von Amateurbohne kaputt. Kein Lack. Weiter geht's. Tülüssi. Tülüssi, bitte. Ah, Matteo! Alter! Ich hab's gesagt, es fällt auf dem Preview. Immer noch. Es leckt. Wieder leckt. Stopp! Stopp! Mann, ey. So will ich nicht streamen in Deutschland. Ich will auch nicht so streamen. Lass nach Afrika gehen. Die haben wahrscheinlich besseres Internet. Ich ruf gleich bei Angela an. Haben jetzt nur wir leckt oder was? Oder alle? Zeig mal. Wir gucken mal. Ist wegen Upload oder was? Ist wegen Upload? Nee, kein Leck. Leck ist back. Was denn jetzt? Jetzt ist wieder okay. Ist nur, wenn ich das Video laufen lasse, Leck. Hä? Warte mal. Wir machen jetzt mal einen Leck-Test. Bei wem leckt's? Wer leckt jetzt? Wer leckt jetzt? Niemand. Also null. Und jetzt lass mal laufen. Warte, ich mach zurück. Ab hier wieder. Und los geht's. Wer leckt jetzt? Ich sitz auf meinem Arschmuskel drauf. Er ist ganz groß und ich hab drauf. Was? Äh, Wörter. Rappen? Hm. Ja. Ich weiß nicht, in welchem Tempo man rappt auf diesem Beat. Ich hör ihn nicht, wenn ich so laut rede. Die Boxen sind zu leise. Es reimt sich überhaupt nichts, was Buchstaben umlaute. Hm. Hä? Da steht, be warned. Wofür warnen die mich? Wendechen, sache bemodliu. Matteo? Also, da kann ich mir nicht sagen. Nee, nee. Da kann ich mir nicht sagen. Hä? War Matteo jetzt Busfahrer? Nee. Da muss ich ihn nachher erst mal fragen. Oh, da seh ich genauso aus wie da. Ja. Original. Ich kann nicht mehr. Ich hab, Mann, ich wollte zoomen. Ich dachte... Stopp. Was? Alter, ich bin schnell. Oh fein, ich geh kaputt, ey. Generales schlicht, pinkes Gehirn. Cerebellum links, Cerebellum rechts. Synapsis, Hypothalamus, Striatum-Geflecht. Okay. Er guckt so in meine Richtung. Und ich so, was? Und ich? So einen richtig krassen Aggressionsschub. So ein Instinkt-Aggressionsschub. Ich so, was? Ich mach doch sogar Platz. Und geh so auf die Straße hinterher. Zeig dir, was willst du? Zeig dir den Mittelfinger. Nimm mal ein Skateboard so und schmeiß das auf den Boden. Und jetzt fährt er weiter. Und ich guck so hinterher. Komm nur her. Stand heute kostet eine Penisverlängerung 4.000 Euro. Ich muss los. Hast du 4.000 Euro? Nee, aber ich hab sie mir geliebt. Geht. Mann! Es geht's nicht! Ich kann die Quest nicht annehmen! Okay, wir starten wahrscheinlich heute noch den nächsten Run. Ich hab oben in die Mütze reingeschnitten. Ja, wir sind tot. Ey, ich kann nicht mehr! Fuck my life, ey! Ja, Leute, da kann man nichts sagen! Wir müssen uns eine Entscheidung treffen, Matteo. Das geht noch 12 Minuten. Dann machen wir nächste Woche. Und dann reden wir noch 10 Sekunden und dann ist es vorbei. Komm! Also ihr wollt, dass das Briefing jetzt nur Videos anschauen ist, Chat? Wir wollen beides. Wir wollen beides. Guck! 75% beides. Is and... Oh, es gibt noch. Gibt? Okay, dann weiter. Los geht's! Oh! Den hasse ich richtig. Den hasse ich richtig. Der war geil. Nee. Spielt zusammen! Spielt einfach zusammen! Beside! Beside! Warte, warte! Ich bin da, komm raus! Los, push! Hinter der Seite, hinter der Seite! Linke Ecke! Minus 39! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das geht doch! Das geht doch! Ein kleines Problem. Ich stecke hier im Käfig fest. Katastrophe. Oh nein, jetzt habe ich ihn wieder nach... Ich kann... Nee, ich kann das nicht mehr spielen. Das tötet mich in der Welt. Ey! Der hervor. Halten Sie an! Oh, er hört. Ja, runter von meinem See! So! Ich schreibe mal hier High. Und das ausfüllen. Hi! Na? Alles gut. Der ist voll geil, der Typ. Okay, das war auf jeden Fall ein High. Nein! Der wollte cool bleiben, glaube ich. Nee, der wusste noch nicht, dass es einen Raid gibt. Ja, aber er hatte einen Viewer dann. Ja, er hatte einen Viewer, genau. Oh, da ist jemand. Ja, genau. Hi! Aber der war auch so geil. Der war voll geil drauf, der Typ. Soll ich noch mal zurück jetzt? Wir müssen's... Oh, ich hab's verpasst, sorry. So, weiter geht's. Jetzt hab ich... Alter, nein! Alter, nein! Alter, nein! Was? So ist ganz einfach, Leute. So ein Loser, der Take, ey. Krass. Da hat Nara den Femus drauf. Sick! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Mori ist innerlich schon tot. Na gut. Das hat nen Skill-Game. Auch innerlich töten. Nackermann hat mit Crime für 30 Monate gesubbt und schreibt, Hallo Andreas, wie geht es dir? Mir geht es gut, und das Wetter ist schön. Gestern hatte ich zwei Eier zum Frühstück und war noch hungrig. Heute hatte ich vier und war pappenvoll. Morgen mach' ich mir drei. das wird perfekt. Also wenn ich das hier einblenden würde in Let's Play, einfach so unten in der Ecke, ihr könntet keinen Unterschied mehr sehen, glaube ich. Noch nach vorne rausschießen. Ne, was ist das? Das ist ein französisches Schaf. Ok. Ok. Atsch! 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 Oh ok. Was ist das? WTF? Waaah! Okay! Hey, ganz ehrlich, ey! Wow! Was sollst du das denn? Holy shit! Ja, okay, okay. Jetzt kommt 3000 IQ-Play. Chat, pass auf! Aber warte mal! Spoilern wir jetzt schon letzte Woche gerade. Ist die da mit drin? Best of April? Ich sag nein, weil letzte Woche war Mai. Ist nicht drin. Safe call. Nee! Warte mal! Warte mal! Warte mal! 1. Mai ist Freitag. Scheiße! Jetzt könnte das gleich kommen nämlich. Und wir haben das Weekly auch noch. Was machen wir jetzt? Dann müssen wir erst das Weekly vorziehen. Das ist doch Quatsch! So, let's go, komm! Wir können erst das Weekly sehen und dann das zu Ende. Mir egal, was wollt ihr? Mir ist egal. Egal? Einmal. Weiter, einfach weiter. Das normale Weekly. Ich würde sagen, jetzt erst das Weekly. Okay, dann jetzt das Weekly, damit wir nicht spoilern. Und dann gehen wir zurück hierher. Okay, wir gehen jetzt das Weekly. Los geht's! Los geht's! Hey dude, do you have a mic? Hey dude, do you have a mic? Oh, hello, yes. I can hear you, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you maybe tell me where the fuck I have to deliver this shipment? It says that I have to deliver to a landing padlocker in New Babysburg. And it's like a kilometer above my head, but I have no clue how to get there. People are saying in chat that I have to fly over there, but is there even a landing pad? It's on the top of the building. Es kann mir jetzt keiner übel nehmen, es ist kein Mobbing, wenn ich sage, dass der aussieht wie Matteo. Yes, really. Es ist kein Mobbing. Es ist einfach eine Feststellung der Tatsachen. Und noch kurz Pause. Jetzt mal ganz kurz eine Frage. Ist es so wie bei so Autos, dass du auf einmal, wenn du so ein Auto siehst, also wenn du ein Auto selber kaufst, aber überall dieselben Autos siehst, weil seitdem ich die Frisur habe, ist auf einmal in jedem Videospiel so ein Depp, der so aussieht wie ich. Weiß nicht, die haben noch nie ein Auto gekauft. Ich auch nicht. Verstehe das nicht. Das war vorher noch nicht so. Das gab es vorher nicht so Trotteln in so Spielen. Aber Witcher ist doch uralt. Aber kannst du mir nicht sagen, dass das Mobbing ist, wenn ich sage, dass der aussieht wie du. Nee, der sieht genauso aus wie ich. Also der ist sogar noch näher dran als der aus My Summer Car. Der ist der Nächste überhaupt, ever. Der ist also eins zu eins im Prinzip. Geh, warte. Halt, Donny! Wenn du das hier siehst, ich fordere dich zu einem No-Death-Race heraus. Fehler. Eins zu eins, oder nicht? Was hast du denn so? Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Das sieht richtig dumm aus, oder? Was ist das hier überhaupt für ein Scheiß? Daily Profit. Lügenpresse seid ihr! So. Und wenn Gino mir nicht in seinem nächsten Sportstream beweist, dass er mehr als 30 Liegestütze kann, saubere am Stück, dann glaube ich dem gar nichts mehr. Kann er nicht. Von den da oben gemacht ist das! Ihr Schweine! Was sollen wir denn jetzt sagen? Wir machen Reverse Psychology. Wir sagen, wir hoffen, die sollen auf keinen Fall Valorant kicken. Hä? Hä? Was jetzt? Hä? Wo bin ich Lando Ryder? Hä? Wo bin ich? Wenn Lando Ryder kommt, Lando Ryder verliebt sich nicht! Lando Ryder bumst! 25% aller Kommentare im Chat geht um deine Waren, Leon. Danke, Mann. Wie war das? Aber ich trainiere auch Beine jetzt. Ich trainiere Beine. Aber, Matteo, was geht's? Wie viele Alter? Guck mal, die sind aus Stein. Von euch lass ich mir gar nichts sagen! Ich mach das so, wie ich das will! Hey! Hey! Na, Leute? Äh, hier ist, äh, der Puppel Huna. Ähm. So, oh, heute ist nur ganz cool, oder? Nee, ja, nee! Ne, lass mal! Hallo! Ich hasse dich! Hallo, mach jetzt nicht Anis Arbeit kaputt! Stündchen oder so. Zum ersten Kaffee hab ich gedacht. Nochmal kurz streamern. Aber den Rest des Tages will ich denn draußen verbringen heute. Oder zumindest versuchen. Bisschen spazieren gehen und so. Ich hab heute wieder mega gut geschlafen. Ey, die letzte Woche war mega hart. Aber dann hab ich einfach mich mit meinen Freunden im Park getroffen. Krass aus. Äh, Kaffee getrunken. Wie ein Verrückter. Bisschen Gitarre spielen heute. Bisschen lesen. Aber ne Stunde, ne Stunde, ne Stunde, ja. Andi! Das geht zu weit! Das ist anders im Grund. Ups, Entschuldigung. Und Test. Ne, du machst das. Jetzt müssen wir alles sauber machen. Zwei. Ist fest. Okay, ist fest. Hä? Wie lange es auch hält? Ist ja beeindruckend. Okay, reicht's. 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 Übertreib's nicht. Schapazier nicht dein Glück. Okay, Leute. Ist das euer Ernst? Ihr bewegt euch ja nicht mal. Haha. Was? Ich komme mit Delay. Und wenn Gino mir nicht in seinem nächsten Sportstream beweist, dass er mehr als 30 Liegestütze kann, saubere am Stück, dann glaube ich dem gar nichts mehr. Ja. Ähm. Ja. Okay, also. Ich hab' nie gesehen. Nein, abwurf dem. Speedrun? Ja. Eieieiei. Wo geht's? Alter. So viel. Signature smash! Alter Junge. Beruhig dich. Beruhig dich. Mit alle abgeworfen. Nicht so himmelig am Ende. Nicht so himmelig, Junge. Ja, was weiß ich denn? Jetzt kommst du nicht ins Ziel. Okay, 1,46 muss von Matteo geschlagen werden. Gutes Spiel. Zeig, was im Skiurlaub gelernt hast. Wenn du nicht stierst, so wie ihr dingst, dann könnte das was werden. Stimmt. Ist aber auch schwer, das Spiel. Ey, was? Mit einer Hand Eier. Kannst du das? Ja. Bestaunst du? Bestaunst du, ne? Das ist einfach nur Bullshit! Das passt! Das passt! Das passt! Okay, Andi, ich werd' ein bisschen Muskatnuss mit reinmachen. Die Schale kann man auch essen. Ich hab's Gefühl, Muskatnuss passt da krass rein. Nein, teile bitte nicht! Boah, wie der Käse stinkt, Alter! Warum tat mir so schnell? Oh! 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 Wo bin ich denn? Hm. Gino hat schwere Knochen, der packt nur 20. Gino hat nur einen schweren Knochen. Und der hat mit Liegestützen nix zu tun. Ich könnte mir Andi als so richtig geilen Callboy vorstellen. Okay, Scheiße. Mal sehen, was nötig ist. Fotos von ihren Kindern. Was? Höre! 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 Stufe! Das nur rechtshändig. Rechts. Da komm ich so um dich rum. Dreh dich mal zu mir. Boah, ich hab nicht so richtig die Unterarme dafür, glaub ich. Also, nimmst das so, dann ein bisschen in die Hocke rollen. Oh, dann schmeißt das gleich auf den Boden. Heftig. Das ist doch eine Maschine, Alter. Wurde auch steif. Wipp oder Ripp, Teller geht kaputt. Leute, dieser Teller wird nicht kaputt gehen. Soll ich euch mal sagen, wie Sachen kaputt... Das war laufig. Der Schell! Ready now? Bei alle Silber? Jo. Was bist du denn? Ich konnte es nicht sehen. Silber 1. Silber 1? Warte mal. Drei war jetzt... Gibt es noch so? Das ist besser. Was denn? Sehlt hoch. Hallo. Hallo. Ich... Es gibt in Bellroom jetzt einen Rang. Also einen Rang. Ja, bei welchen denn? Silber. Ah, Silber 2. Da steht's. Ja, Silber 2 ist so gut. Silber 1. Silber 1? Warte mal. Drei war jetzt... Gibt es nach oben? Ja. Okay, bei drei geht es nach oben. Sehlt hoch. Hallo. Ich liebe kleine Nippelchen. Ich würde mir tausend Sachen lieber in den Arsch schieben, als in mein Auge. Also... So. Bowser. Kannst du gegen diese Frisur irgendwas ausrichten? Oh Gott. Ja. 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 Ja, vielen Dank Andi. Gibt es ein neues Emote? Ja, Silber. Die Silber. Also Leons Gesicht, als er Silber eingerankt wurde. Hm. So, okay. Dann machen wir... Und jetzt gucken wir, was Amateurbohne aus der letzten Woche nämlich gemacht hat noch. Ja, aber da kommt noch mehr wahrscheinlich. Okay. Und der Woche davor. Yes. Okay. Wir schalten nochmal den Rechner und let's go! Los! Das ist Mobbing! Was tut denn hier? Das ist Mobbing! Ja, aber da ist keine Frisur! Wie ist denn deine Familie? Da ist die Tiefe? Uh! Ich muss ganz kurz nach dem Strom gucken. Ich komme gleich wieder. Alter! Leute! Unter meinem Tisch ist ein Eingang zur Hohlerde! Hier sind überall Reptilien! So, doch nicht! What the fuck! What the fuck! Wie geil ist das? Hi! Alter! Eindeutig Silber 2-Skill! Eindeutig Silber 2! Gut! Dann halt so! Alter Schwede, ey! Ich rapp gar nichts! Überall sterben die Leute, weil Leon die anguckt! Die Lügenpresse! Lügenpresse seid ihr! Corona gibt's gar nicht! Das haben die da oben gemacht! Damit wir Angst haben und machen, was ihr wollt! Hilfe! Hilfe! Hilft's mir! Was! Die Hunde haben ihr? Oh, Knabber! Ich brauche HP, Leute! Wir brauchen HP! Okay, also das ist auch HP, 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 HP. GAAAH! Was ist denn mit dem los?! Hua! Oh mein Gott, Leo! Ist das dein scheiß Ernst, Junge?! Wissen wollt wir, ähm, eure Heid... GAAAH! Alter! Alter! Oh mein Gott! Ich war nicht eines der Kinder, die von dem Eltern mit dem Auto zur Schule gefahren worden sind. Nein, 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 nein. Draußen kann der Blitz einschlagen und strömender Regen. Der kleine Maurice, der wird das schon schaffen. Geiz das vor... Nee, komm, wir singen ja auch das noch. Jetzt nicht nochmal kommen. Ich wollte schon genug gequält jetzt heute. Ich möchte nehmen einen fiktiven Charakter. Geht das? Ja, denk schon, aber das wird richtig scheiße bei mir, ich lese nicht. Aber du guckst doch Serien, oder? Ja, das würde gehen. Da gibt's ja auch Fiktiere. Was, was gibt's da? Ich hab das Wort nicht zu Ende gesprochen, deswegen hat es sich wie Fiktiere angehört. Das tut mir... Definitiv. Ich find das geil. Nein, Feuer ist ne chemische Reaktion. Die hat mit Physik nichts zu tun. Was? Eine chemische Reaktion. Da wird nur... Das war kein Mobbing. Der erste war das Mobbing. Das kann mir jetzt keiner übel nehmen. Das krieg ich auch von allen Seiten. Wenn ich sage, dass der aussieht wie Matteo. Das ist kein Mobbing. Der erste war das Mobbing. Einfach eine Feststellung der Tatsachen. Ich muss mich noch keinmal heilen, Leute. Was? Wir haben mich. Wir haben mich. Wir haben mich. Das Schlimmste ist ja eigentlich hinten. Das sieht richtig dumm aus. Wenn du richtig anwinkelst. Neun Sekunden, Matteo. Mach irgendwas. Was ist das? Was machst du denn da? Matteo, was ist das? Ne, das ist neu. Alter. Krass. Und das liegt auch, glaube ich, daran, weil ich hatte noch nie Sex. In meinem Leben. Ist dir das schon passiert? Ja. Also bei mir explodieren die Kondome reihenweise. Okay, Leute. Ist das euer Ernst? Ihr bewegt euch ja nicht mal. Haha. Immer noch witzig. Wo geh ich als Privatmann hin? Als ich selbst? Und wo bin ich Lando Ryder? Wo bin ich Lando Ryder? Wenn Lando Ryder kommt, Lando Ryder verliebt sich nicht. Lando Ryder bumst. Wie kann ich noch mal jemanden fokussieren? Ich hab alles vergessen, oh Gott. Wie nehm ich jemanden in den Fokus, Leute? Ich hab alles vergessen. Wie mach ich Irren? Anfänger Mhm. Alter. Oh, was? Okay, der Jumpscare hatte mich. Ich schreie dabei nicht wie Leon, aber... Okay, ich kann es nachholen. Macht euch bereit. Ich hol es euch nach. Wenn ich dich jetzt einlade zum Date und dann sage ich, Hier, du Nutte, setz dich mal hin, dann denkst du dir auch nicht, ja, das ist aber ein netter Typ. Das schreibt, das Schleimschwein schleimt schweinig im Schleim, im Schleim schleimt schweinig das Schleimschwein. Scheiße, Schwein. Okay, easy, let's go. Zeig, was du im Schuurlaub gelernt hast. Wenn du nicht stirbst, so wie ihr Ding, dann könnte das was werden. Stimmt. Ey, das ist jetzt hier, ganz ehrlich, das ist doch Bullshit. Das ist doch einfach nur Bullshit. Oh, was passt, was passt? Oh, was ist das? Dieser Doppel so schnell. Was geht ihr da? Ich habe auch keinen Überblick. Wo bin ich denn? War ich noch? Wo bin ich? Wie kann ich nur umschalten? Keine Ahnung. Du hast aber Knöpfe. Ich hab nichts gedrückt. Okay, dann Step nach vorne. Boom. Zack. Wir sind gleich da und drauf, schnell drauf und stehen. Was? Oh mein Gott, ich bin Neo! Darf ich die Erklärung nochmal sagen? Ja, bitte. Ich erlaub es diesmal. Also, in der Physik ist das Wort Force... Ne, ich habe doch keine Lust, hör auf. Hier ein alter Haarschneider von mir, den ich mal ins Studio gebracht habe, damit Matteo nie sagen kann, dass keiner im Studio ist und er sich seiner Wettschulden immer entledigen kann. Das ist wichtig. Also Chat, merken. Ist unscharf. Ist unscharf. Kann man jetzt doch eins, so ist gut. He! 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 Entschuldigung! Und zwar, ich habe eine große Ankündigung zu machen. Ich werde Bon Joa im Herbst verlassen. Was? Was? Komm mit uns ins Bon Joa! Nein! Nochmal! Komm jetzt! Oh Mann, ey! Ich kann nicht mehr! Bon Joa, Bon Joa! Le Nulala! Geil Mann! Hol dir noch heute die neue Single von MC Honor! Bon Joa Super Duper Land! Jetzt erhältlich im Bon Joa Shop! Nein! Schön! Schön, schön. Ja! Schaut auf jeden Fall gerne bei Amateurbohne auf YouTube vorbei. Wird genauso geschrieben, wie man es spricht. Macht dann noch schöne Zusammenfassungen von den bisherigen Streams. Geil! Geil! So, jetzt haben wir sehr ausgiebig die letzte Woche und den letzten Monat uns angesehen. Komm, ich setze noch einen Schnelldurchlauf oben drauf. Aber der Ballert ist richtig. Aber wirklich schnell! So, richtig schnell! Schnell! Lännerraten! Geil! Witcher! Geil! Montag! Geil! Dann Briefing! Geil! Dann... Nee, hä? Also immer noch Briefing, Briefing, Briefing. Ah, dann haben wir PlayStation Now! PlayStation Now gegeneinander gekämpft. Ich habe verloren gegen Leon. Geil! Überraschung! Verloren! Dann Dark Souls... Nee! Es war immer noch... Lass ihn weiterlaufen! Lass ihn weiterlaufen! Lass laufen! Halt nie eins an! Bloodborne haben wir gespielt! Jetzt das Spiel ist eingefallen oder was? Ich muss auch mal pausieren! Ja, Starkkraft und dann Valorant mit Leon. Valorant auch noch! Boah! Genau! Ja, ja! Alles, alles! Krass! Alter, Dienstag den ganzen Tag Valorant oder was? Nee, jetzt ist der Dienstag! Nee, jetzt ist der Dienstag! Da ist Maurice da! Guck mal, Maurice! Maurice fängt an mit GTA, Lego! GTA, Lego, Lego, GTA oder so irgendwie! Irgendwas mit dem Legoland! Im super, duper Legoland! Super, ja! Dann... Gab's am Dienstag? Krass! Hä? Ah, Beichten, Beichten! Dann Drug Dealer Simulator angespielt! Boah, krass! Vollversion, Vollversion, Vollversion! Dann Valorant nachts mit Leon! Ja, ja! Heftig! Mittwoch, Nacht! Dienstag, Mittwoch, Nacht! Ja, ja! Dann Leon hat danach was angefangen, glaube ich! Ja, genau! Dann Mario! Super! Ach, krass! Ja! Da kommt jetzt der Speedrun oder was? Genau! Dann Mittwoch! Ich wieder! Länder! Afrika! Da hab ich Afrika gemeistert! Dann Community Server Event! Part One! Eko! Ja! Alle durften sich ein bisschen eingrooven! Geht nächsten Mittwoch weiter jetzt diese Woche! Dann, Matteo abends! Ah, wir haben das Konzept für uns zum Kochen entwickelt! Clueless Cooking, was am Sonntag dann kam! Und dann haben wir Valorant trainiert danach nachts! Boah, das geht mir zu schnell! Ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren! Auch nicht! So, Donnerstag ist dann noch nachts, glaube ich! Immer noch nachts! Immer noch nachts! Sehr lang nachts! Valorant! Dann neuer Donnerstag! Da bin ich! Hufflepuff! Mach aber erst mal Afrika! Und dann zweite Runde Harry Potter Mod! Krasse Mod! Krasse Mod! Minecraft Mod! Krass! Kurz mal geguckt! Assassin's Creed Vikings! Aber nicht geil! Hamu war kurz da! Dann Pock oder Block! Ganz kurz war Hamu da! Hat hier... Ah, genau! Find me nochmal! Monitore ausgepackt! So! Unboxing gemacht! MSI Unboxing! Genau! So! Hier! Achtung! Gleich! Gleich! Yes! Da! Dicke Hardware ausgepackt! Dann hab ich einen Mathe-Test gemacht! Dann haben wir uns angeguckt, was ein Hardware-Reiniger macht! Dann hab ich einen Dark Souls No-Death-Run in Dark Souls 3 angefangen! Schneller! Schneller! Freitag! Speedrun-Tag! Mario 64! Speedrun-Tag! Krass, Alter! Durch! Durch! So! Dann! Freitag! Rumgelümmelt! WoW gefarmt! Bisschen länger anscheinend! Heieiei! Oh! Noch länger! Und! vorbei! Dann! Abends übernommen! Leon! Leon Valorant! Valorant! Ich glaube, er hätte ein Turnier sogar mitgespielt mit seiner Truppe! Ach echt? Ich meine schon! Ich glaube, ranked! Keine Ahnung! Jedenfalls Valorant! Valorant! Dann Mario Speedrun! Auf Samstag Nacht gab's noch Speedrun wieder! Dann! Wieder rumgelümmelt! Ich hab sehr viel rumgelümmelt! Rumgelümmelt, ja! Sehr viel! Freitag Samstag auch! Von zuhause! Lümmel! Umgelümmelt! Lümmel! Dann! Maurice übernommen! Maurice übernommen! Maurice mit Crazy Machines oder Incredible Machines! Mhm! Lara Loft! Croft! Das Turnier läuft gerade! Kein Turnier! Kein Turnier! Ah! Sonntag hab ich außerdem dann doch nochmal einen Stream angemacht! Nochmal gelümmelt! Ich wollte eigentlich nur eine Stunde! Daraus wurden sechs! Was? Ja! Sorry! Es war geil! Es hat Spaß gemacht einfach zu lümmeln! Dann kam Andi! Andi hat ein Auto gebaut! Warum ist das nicht mit den Highlights? Stimmt! Das hat Andi selbst nicht mit reingepackt! Das war für mich eigentlich ein Highlight! Das war auch! Dann haben wir gekocht! Genau! Wir haben einen Soufflé gemacht! Wunderbar! Wunder lecker! Und Trimworld! Und das war's! Das war die Woche! Das war jetzt... Ich kann das gar nicht verarbeiten alles! Fuck! Mein Gehirn ist schon durch! Ja, meins auch! Lass nur gucken, was nächste Woche jetzt ist! Lass Zahlen gucken! Ah, Zahlen! Stimmt! Zahlen! So! Waren wir länger oder weniger länger online? Ich sag länger, weil du so viel gelümmelt hast! Und Leon hat auch immer nachts sehr lang gestreamt! Uh! Da bin ich jetzt gespannt! Ich sage über 100... Ne! 95, sag ich! Was sagst du? Ich sag 93! Oh! Gegeiert, ey! 88 nur! Hä? Richtig wenig! Ist gar nicht wenig! Also weniger als gedacht! Weniger als... Also ich hab... Oh ja! Schnitt! Schnitt ist leicht runter, aber krass! Aber trotzdem noch voll hoch! 1.820, Leute! Guck mal, Zuschauerstunden sind so hoch wie schon ewig nicht mehr! Alter! Guck mal, wie viel! 160.000... Sind die höchsten seit zwei Monaten oder so! 955! Wir sind ultra safe, Leute! Ja! Über 100k sind wir safe! Und guck mal, wo wir sind! Guck mal, am Sonntag haben wir über 30.000 am Stück, weil du gelümmelt hast erst so lange! Stimmt! Und dann noch du oben drauf! Dann noch ich oben drauf! Das war ein krasser Sonntag! Ja, der war richtig krass! Heftig, Mann! Ja, das ist... War auf jeden Fall solide! Geil! Heftig! Ja, dann lass mal gucken, was diese Woche passiert! Heftig, heftig, heftig! Heftig, heftig! So, dann gucken wir auf das Programm in dieser Woche! So! Äh, Maurice, das soll da nicht drinstehen! Oh, oh! Das muss wieder raus direkt, bitte! Scheiße, Spoiler! Das werden dann spontan! Spoiler! Das soll da nicht drinstehen! Spoiler! Lümmel Streams werden nicht angekündigt! Spoiler! Spoiler ist dran! Mann, ey! Schnell wegmachen! Schnell wegmachen, Maurice! Es soll nur die Möglichkeit geben, falls! Scheiße! Schnell weg! Schnell weg! Scheiße! Keiner gesehen! Keiner gesehen! Warten kurz! Warten kurz! Hat keiner gesehen, Leute! Was war vom sechsten bis zwölften vierten los? Da war unsere LAN, die ging vom neunten bis zum... Oder vom achten bis zum... Weiß ich nicht! Da hatten wir LAN geschickt! Keiner gesehen! Äh, unsere Charity LAN, wisst ihr? Die drei Tage oder so! Lümmel Streams bleiben ungeplant! Richtig! Außer intern, da müssen die geplant werden! So, guck mal! So! Ah! Ah! Zensier's! Mach ein Fenster drüber! Mach so ein kleines Fenster dir auf! Mach's drüber! Skript läuft! Moment! So, ich trinke einen Schluck Kaffee! Ne, ist Tee! Steht schon im Discord zu spät! Ey, Mann! Soll niemand wissen! Auch nicht die Gilde! Oh Mann, ey! Shit! Jetzt wissen die das ja auch! Ich wollte sie überraschen! Ich wollte sie überraschen! Überraschungs-Rate! Gehen wir nochmal! Oh! Ey, jetzt komm, Niklas! Wir haben keine Zeit! Ne, ich kann das nicht zeigen! Wir haben keine Zeit! Dann zeigt nur die Hälfte vom Bildschirm! Dann! Okay! Und hier haben wir das Programm von der kommenden Woche! Genau! Jetzt gerade das Briefing! Danach komme ich! Eine Stunde wird ein bisschen gelabert! Ich mache da meine Geografie-No-Death-Run! Danach muss ich einen anderen No-Death-Run trainieren! Und zwar gegen Donny! In Dark Souls 3 habe ich ihn herausgefordert! Das war wirklich dumm! Das werde ich nämlich verlieren! Aber ich werde trotzdem dafür trainieren! Ich versuche, mein Bestes zu geben! Dann kommt Leon um 23 Uhr dazu! Und wir placen mich in Valorant! Und dann gibt es einen Speedrun mit Leon! Auch eine Speedrun-Practice! Ganz viele Speedruns gibt es die Woche! Dann Dienstag! Heftig! Andi erst mal da! Zwei Stunden! Dann macht wieder irgendeinen Schabernack! Dann weitere zwei Stunden mit Andi! Aber mit Star Citizen! Er muss sich das richtig ansehen! Dann komme ich! Eine Stunde labern! Und danach muss ich... Matteo! Erst Mendel, dann Matteo! Genau! Mendel ist ja, wenn ich über alles mögliche labere! Matteo heißt einfach, da weiß ich noch nicht genau, was ich mache! Weil entweder muss ich nochmal Dark Souls trainieren! Oder halt nicht! Und das entscheidet sich da! Vielleicht mache ich da nochmal eine Geografie-No-Death-Run! Und dann kommt Leon nachts dazu! Und ab 1 Uhr, wenn ich es richtig sehe, ist wieder Speedrun-Practice mit Leon! Geil! Dann Mittwoch! Nikolas! Da bin ich da! Ab 17 Uhr dann die zweite Runde! Wir haben den Server jetzt neu gestartet, die Welt ein bisschen größer generiert! Und es geht weiter mit Eco! Ihr könnt alle mitspielen! Ja! Ich hoffe, es kommen mindestens genauso viele Leute wie letzte Woche! Wir starten nochmal neu! Alle hatten die Chance, ins Spiel reinzuschnuppern, sich das anzusehen, ob es ihnen gefällt! Und jetzt gibt es die zweite Runde vom Eco-Community-Projekt! Diese Woche und nächste Woche auf jeden Fall! Und dann gucken wir weiter, ob wir das On-Stream weiterspielen! Oder ob wir den Server so weiterlaufen lassen! Und die Community das gemeinsam zu Ende spielen kann! Das ist ja der Plan! Also wir haben gesagt, mindestens drei Sessions! Und ja, es geht hier los jetzt mit dem neuen Run! Am Mittwoch! So, dann! Dann kommt das No-Death-Race gegen Donny! Also da geht es dann zur Sache! Wir werden gegeneinander racen! Und es wird so gemacht! Einer racet, der andere kommentiert das Race des anderen! Und umgekehrt! Das heißt, wir werden uns einmal Donny's Run angucken, während er runnt! Und einmal wird er unseren Run kommentieren, während wir runnen! Aber wer fängt an? Weil das ist doch ein Vorteil! Das müssen wir dann mal ausschnickschnack schnucken oder sowas! Ja! Und danach ist offen! Je nachdem! Das Race geht vielleicht nur eine Viertelstunde! Dann habe ich schon verloren! Dann geht es vielleicht schon mal mit was Normalem weiter! Ich wollte die Woche auf jeden Fall noch Poly Bridge und das AMA nachholen! Wann machen wir das? Weiß ich nicht! An irgendeinem freien Tag! Genau! Dann kommt Leon dazu! Nachts! Und dann wieder Speedrun Practice mit Leon! Geil! Das wird übrigens mit C geschrieben! Das ist mir gerade aufgefallen! Man darf beides! Ich dachte auch immer mit... Wie schreibt er es da? Mit S! Ja, es gibt beides! Ich schreibe es auch immer mit C! Da habe ich einmal nachgesehen, weil ich dachte, das ist falsch! Es gibt das mit S? Ja, irgendwie... Das Nomen? Ja! Hier, guck mal! Können wir mal kurz rüberschalten? Practice trainieren! Aber doch nicht Training! Das ist das Verb! Ach so, so meinst du das? Mhm! To practice! Practice! Ah! Amerikanisch Englisch, britisch Englisch! Aber das Nomen gibt es auch in beidem! Gibt es auch in beiden? Warte mal! Üben, trainieren! Wo ist das Nomen? Praktizieren! Keine Ahnung, es steht aber immer doppelt da! Mit C und mit S! Einmal ist American Englisch mit C und britisch Englisch ist immer mit S! Mhm, okay! Chat sagt, geht! Geht! Okay! Nomen ist beides mit C, sagt aber jemand anderes! Wem vertrauen wir denn jetzt? Egal! Niemandem! Egal! So, Donnerstag! Weiß ich noch nicht, was ich vorhabe! Gibt vielleicht The Witcher! Vielleicht auch nicht! Gibt vielleicht mal Samaka! Vielleicht auch nicht! Es wird kein Harry Potter geben! Das Projekt Harry Potter lege ich jetzt... Ad... 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 supper... Ich sag mi verlieren! Und danach... Ich fühle es nicht mehr! Ich fühle es nicht mehr, Chat! Ich fühle es nicht mehr! Ich fühle es nicht mehr! Es ist jetzt... Ich fühl es nicht mehr! Das ist der Grund! So, nach Tools Schock! Tranquistisch! Einmal sehen, was es da gibt! Dann kommt Leon ab 0 Uhr! Vielleicht sogar etwas früher. Und dannpersicht Schock! Dann ist es optional! haben wir Leon ab 20. Ja, da gibt es nichts davor. Krass. Ja, weil Freitag und Samstag sind verschiedene Techniktage. Einmal Hamotechniktag, der wird hier am Studio wieder weiterbauen. Und einmal gibt es einen Techniktag mit Andi und mit Maurice. Die werden da Rundowns und sowas ausprobieren. So, Chat, jetzt ist hier Schluss. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich das anspiele und wahrscheinlich nicht weiterspiele. Sag ich immer. Und jetzt könnt ihr mal das dabei belassen. Ja, weil ich fühle es nicht mehr. Ich fühle es nicht mehr. Wenn ich es nicht mehr fühle, dann spiele ich es nicht mehr. Yes. Wir gehen wieder rein. Okay, wir gehen wieder rein. So, dann sind wir noch nicht drin. Wir sind noch nicht drin. Wir gehen tiefer. Wir gehen noch tiefer rein. Dieb. Ja. Dieb. Ja. Sehr gut. Und rein da. Und da sind wir drin. Und wir sind... Also, Leon streamt dann ab 20 Uhr bis spät in die Puppen. Und dann Samstag. Was steht dann da? Da geht es erst auch um... Da ist auch nichts davor. Da geht es um 18 Uhr los. Ja. Da wird Maurice stream abends ab 18 Uhr. Und zwar erst Nimbathos und dann Tomb Raider 4. So, Sonntag ist dann Andi da. Ab 16 Uhr davor gibt es dann auch nichts. Und da wird Andi was streamen. Genau, was er da streamen, wissen wir alle noch nicht. Weiß Andi wahrscheinlich selbst auch noch nicht. Dann komme ich dazu, labere ein bisschen, mache ein bisschen Quatsch und dann gibt es wieder Trim World von 21 bis 24 Uhr. Und das ist die Woche bei Bondra. Ey, wo ist der WoW-Rate hin? Es gab nie einen WoW-Rate. Es gab nie einen, Leute. Es gab nie einen. So. Geile Woche. Geile Woche. Ihr habt Bock. Hast du Bock? Ich hab Bock. Vor allem jetzt gleich Geometrie. Ja, Geometrie. Genau. Das andere Ding gleich. Geil. So. Falls ihr Bock habt auf Sachen, die ihr kaufen wollt für den bevorstehenden Sommer, wo keiner rausgehen darf, weil Corona ist, schaut gerne mal bei uns im Shop vorbei. Da können wir mal auf meinen Rechner schalten. Wir haben aktuell im Shop dieses Shirt. Diesen Rucksack nicht. Ist ausverkauft. Ist ausverkauft. Und den hab ich, wir haben den jetzt auch schon hier. Ich hab meinen zu Hause. Da kann ich, das Geile ist, ich kann jetzt einkaufen für mehr als zwei Tage. Das konnte ich vorher nie. Wie viele Tage gehst du jetzt einmal einkaufen? Ich war noch nicht mit dem Großen, deswegen weiß ich nicht. Aber der ist halt doppelt so groß wie mein alter Rucksack. Und falls ihr wollt, gibt es hier auch die Bondra Jogginghose. ist bewährt, ist wahrscheinlich die beste Investition, die man im Sommer machen kann, wo man nicht raus darf. Also schaut da gerne vorbei, wenn ihr Lust habt, auf Merch von uns. So, Geilo. So, das war's jetzt. Oder? Wir haben gar nichts mehr. Da ist ganz schön viel Zeit vertrödelt. Alter, wir sind aber auch jetzt schnell durchgebart. Ja, aber das war gut. Das war richtig gut. Niklas liest jetzt die Subs vor. Und ihr stellt Fragen. Genau, ihr stellt Fragen mit Ed Bondra, bitte. Oder Ed Mental Mimicry geht beides. Und wir werden sie für euch beantworten. Genau, wir werden sie zehn Minuten lang für euch beantworten. Und danach stelle ich einen neuen Weltrekord auf in Geografie. No death. Es gibt keinen Weltrekord in Geografie. Es wird Weltrekord. So, Leute. Es geht los vor einer Stunde. Da hat reingesappt Dark Phoenix für 20 Monate und schreibt schon 20 Monate. Jindos hat gesappt für 21 Monate. Admiral Ding Dong. Hast du gerade so geschnipst? Ich wollte so. Admiral Ding Dong. Ja, okay. Komm, das ist komisch. Ich habe jetzt keinen Bock hier, dass die Leute jetzt abcringen und wir die verscheuchen. Wobei, wenn ihr cringe, ist es eure Schuld. Das ist auch noch mal eine Ansage. Wenn ihr hier einschaltet und cringet, ist es eure Schuld. Nicht meine Schuld. So, Admiral Ding Dong. 35 Monate. Cordes. 11 Monate. Rizarro. 42 Monate. Schreibt, mein Lehrling hat Matthäus Frisur. Glaubt, der spielt auch Trimworld. Schreibt mal, zick mal ein Foto von ihm. Kannst du auch das Gesicht pixelen. Ich will nur die Frisur sehen. El Polo Diablo. 19 Monate. Koppa. 28 Monate. Markigator. 10 Monate. Rumpel. Für 7 Monate. Glantier. Für 21 Monate. und schreibt, mir fällt keine Sub-Nachricht ein. Deswegen schmeiße ich ein High in die Runde. High. High. Thermalgeist. 20 Monate. Schreibt kein Video ohne mich. Haben wir doch dann gehabt. Haben wir dann gehabt. Xebit. 12 Monate. Schreibt, das Jahr ist voll. Both. Months. 32 Monate. Schreibt, ah, ich war kurz nackt. Ich war kurz ganz nackt. Wuschel. Für 32 Monate. Mit Tier 2 schreibt, die Banane stand ursprünglich aus der südostasiatischen Inselwelt. 600 vor Christus wurde sie in buddhistischen und indischen Schriften erwähnt. Nach Afrika kam die Banane wohl mit den austronesischen Einwanderern. Kasajemo für sieben Monate. Schreibt, wer das liest, ist doof. I. Pierce Brosnan für 26 Monate. Dragstar für acht Monate. Berserker Barbie mit einem Tier 2 Sub für vier Monate. Und schreibt, may the force be with you. Heute. Gangster Wangster. Fünf Monate schreibt, kriegt eh keiner mit, seit Matteo mir einen Shadowban gegeben hat. Der Pimp für 20 Monate. Hast du Gangster Wangster und Shadowban gegeben? Ja, ganz viel. Achso, okay. Aureus mit Tier 2 auch. Für 26 Monate schreibt, 26 Monate sind gut. The King Tobi für 31 Monate. Schreibt kleiner 3. Anthrazit Raven für 28 Monate. MTK Max für 38 Monate. Giuseppe für neun Monate schreibt, Honor kann besser rappen als Andi. Und Andis Rap finde ich sehr sympathisch. Ich finde auch Andis Rap besser als mein. Nebion hat gesuppt. Ich muss sagen, also Rap-Genie. Andi, Rap-Genie. Nebion zum ersten Mal gesuppt. Danke. Und willkommen. Auron Jutsu für 41 Monate. Raffor für 13 Monate schreibt. Stimo 89 für sechs Monate. Voidatex für 25 Monate. Schmitti Streams für zwölf Monate. Tarfitti für neun Monate. Turtur 75 für 22 Monate. El Polo Diablo 92 für 19 Monate. Wetterchen für 34 Monate. Viking 44 für vier Monate. DE Face für 27 Monate. Ende der Nachricht. Das war alles Raffors Nachricht. Schön. Itchy Pain für 33 Monate. Warum? Also nicht Itchy Pain, aber warum Raffor? Itchy Pain 33 Monate. Markus vom Germany für drei Monate schreibt, gute Bond war. Nehmt den Prime als Zeichen meiner Anerkennung. Danke, nehmt mir gerne entgegen. Stimo hat für 28 Monate gesuppt und schreibt, alles super duper und ihr so? Humi Jamal 16 Monate schreibt, das Leben kann, ist doch schön. Schultricks für fünf Monate. Tenebris Nox für 20 Monate schreibt, 20 Monate, das sind der 40 Mark, 80 Ostmark, 400 Ostmark auf dem Schwarzmarkt. Flow für 38 Monate schreibt, ich kleiner drei euch mehr als größer 9000. AW 102, 483 hat einen Zapf verschenkt an Trilux. Edson vom Dach hat für 23 Monate gesuppt und schreibt, wenn die Wurst so dick ist wie das Brot, ist es wurscht wie dickes Brot ist. Ne. Baudeck für 28 Monate, Kalle Blitz für vier Monate, Der Melas für 38 Monate schreibt, also ich fühle den Zapf noch, nice. Snake Eraser für 24 Monate schreibt, zwei Jahre Hype. Frozen Planet, 23 Monate schreibt, 23 Monate und ich schaue euch immer noch. Mir fällt kein größeres Kompliment ein. Ist echt so, ohne Mist. Stimmt schon, ne? Wenn man die ganze Zeit Bondra guckt, ist das ein krasses Kompliment eigentlich. Lausbub Fisch für 28 Monate schreibt, gegen Niklas Mobbing. Das ist okay. Jetzt können mich auch alle mal mobben, ja. Aber wenn es im Lustigen gemeint ist, dann ja. Aber auch nicht zu viel, weil sonst werde ich sauer. Sonst werde ich richtig sauer. War aber schon lustig. Straight Horse für acht Monate schreibt, der Auflauf gestern hatte einen krasseren Topfschnitt als Matteo und könnte sicherlich bessere Rimworld spielen. Aber Andi, bei dir ist es jetzt vorbei. Du hast erst mal Mobverbot jetzt. Hat sie ausgemobbt. Ballastic Cheetah für zehn Monate schreibt, hallo Ibims. Eins Pizza für elf Monate schreibt, was Geiles. Zero 08 16 für 20 Monate. Philly Dress für zwei Monate. Nerd Duo für 28 Monate. Schranzel für 30 Monate schreibt, liebe Grüße aus dem Ruhrpott. Xo O Xai The Own für 16 Monate. Xein für elf Monate. Was sollen die ganzen X? Die ganzen X hier. Yi hat zwei Subs verschenkt. Einen an Jufer und einen an der Nippel Ritter. Son Rohan hat für 40 Monate gesuppt. Darko für 22. Reikni für vier und schreibt, holt Matteo noch die 40 Minuten Rimworld nach. Ja, nächsten Sonntag. Trebor für 13 Monate. Fruchtswerg für 34. Mr. Karopika 15 Monate. Karl Löhnelli hat das erste Mal gesuppt. Willkommen, danke. The Slasher für drei Monate. Nice. Danke, Leute, für die ganzen Subs. Dankeschön. Jetzt kommen die Fragen. Sehr gut, Fragen. Erste Frage ist, was ist mit Clueless Cooking? Ja, Andi und ich gucken, wann wir die nächste Ausgabe machen. Das ist kein festes Format, sondern wir gucken immer, wann wir Bock haben und wann wir ein neues Gericht finden und wann uns was Tolles, Neues einfällt. War mega geil. Danke, danke, danke. Ich hab komplett geguckt. Ich hab's komplett. Ich war so getriggert. Ich war ein paar Mal kurz davor. Alle waren getriggert. Anzurufen, wirklich. Ja, das könnten wir machen. Aber nur war der Chat irgendwas geschrieben und ich dachte, das können die doch nicht machen. Die können doch nicht den Teller. Der Teller explodiert, wenn er in den Ofen geht. Ich muss da jetzt anrufen und die waren. So hab ich gedacht. So, dann wird hier gefragt. Ja, ich überspringe mal ein paar Fragen, die wir schon tausendmal hatten. Nein, ich verlasse Bonjour nicht im Herbst. Hast du eigentlich mal den Chat gesehen, als ihr das gemacht habt? Hast du den nochmal nachgesehen? Nee. Der war fünf Minuten, einfach nur Alarm, Alarm, Alarm. Und ihr habt nicht in den Chat geguckt und ich so, ja, da passiert nix. So, Spaßfragen. Wie geht es euch? Ah, hier. Ist Terraria zum neuen großen Patch geplant? Nein. Wo ist... Keine Geografie-Fragen jetzt. Doch, doch, doch. Okay. Nur an dich aber, ja. Wo ist das Rothaargebirge und wo ist die Werra? Ja, geht auch nicht. Warum habt ihr kaum noch Sachen im Shop? Ja, bei uns ist es immer so, bei uns kommen nur Sachen im Shop, wenn irgendjemand denkt, geil, Mann, ich hab eine Idee für ein geiles Kleidungsstück oder so. Und dann kümmert er sich drum und dann wird es umgesetzt. Und gerade im Moment gibt es es nicht. Vielleicht wird es mehr im Sommer, aber wir sagen euch dann auch immer Bescheid, wenn es soweit ist. So, dann. Wann gibt es wieder Sub-Souls? Ich denke drüber nach. Wir reden da gleich nochmal drüber. Ich hab ja überlegt, ob ich Sub-Souls mit Dark Souls 3 mache. Mache ich aber nicht. Fühle mich da nicht so wohl. Ähm, dann. Wäre es möglich, Samstag vor Maurice einen WoW-Raid zu machen? Nee, das geht nicht. Äh, na, das ist Quatsch. Wird Black Mesa irgendwann weitergespielt? Ey, das sind immer so Sachen, da weiß ich nicht. Also ja, aber ich weiß halt nicht wann. Ich brauch halt Lücken. Und gerade muss ich mich auf ganz viele Sachen vorbereiten. Also irgendwann schon. Okay, Leute, ich sag jetzt einmal, also es könnte sein, dass diese Woche am Samstag der WoW-Raid gestreamt wird. Was? Aber es ist nicht geplant. Es ist nicht geplant. Weil es haben sich jetzt diesen Samstag sehr viele Leute gewünscht, die eingeschaltet hatten. Aber es ist nicht geplant. Oh, Leck. Es hängt auch davon ab, es ist auch Leck jetzt erstmal. Leck. Scheiße. Leck. Leck. Liegt es an uns? Leck. 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 Leck, Leck. Leck, Leck. 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 Ripp. Leck. Leck, 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 Leck. Ripp. Ripp. Leck. Alarm. Lecky, Leck. Ripp, Twitch. Leck, Leck. Der Junge, der soll die Fresse halten. Leck. Alarm. Alarm, Alarm, Alarm. Leck. Ist wieder safe? Krasse Lecks. Leck. Sehen Sie Kundenstandbilder? Sehen Sie Kundenstandbilder? Lecks aus der Hölle. Lecky, ja, ist Leck. Leck, Leck, Leck. Hört mal auf zu lecken. Leck, Leck. Richtig übel. Frame-Drops und Lecks. Lecks. Ripp, Twitch. Leck, Leck. Re. Geht wieder safe. Leck, 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 Save. Besser, Save, Save, Save. Okay, dann machen wir weiter. Leck. Puffer nur. Geiler Rap. Leck, Ripp. Niklas ist kaputt. Neuer Song ist back. Leck. Kuss geht raus. Leck, Leck doch selber. Leck, Asynchron. Save, Save. Ripp, Ripp, Ripp. Alarm. Alarm, Leck. Klippet, Leck. Lele, Lulala. Keine Lecks schon lange. Safe. Lul, Lul, Lul. Lul. Lecker. Nicht neuer Niklas Song. Okay, lass mal weitermachen. Okay. Achso, wer es nicht mitbekommen hat, es könnte sein, es eventuell, deswegen ist der, es kann sein, vielleicht wird Samstag der WoW-Raid gestreamt, weil sich Leute das gewünscht haben, mal zu sehen, wie das ist, aber ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich machen möchte. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich machen möchte. Weil es wird so sein, es wird so sein, wenn ich das streame, dann werden alle richtig Scheiße spielen und failen. Es könnte auch lustig sein, aber ich bin dann sauer wahrscheinlich, so. Und das ist dann wahrscheinlich auch wieder lustig, aber für mich nicht. Gut, dann kommen noch mal Videos von Frag mal ein X. Ja, bestimmt, wenn es da wieder Berufe gibt, die ich interessant finde, bestimmt. Wie wäre es ein Send Foods mit Andi und Matteo? Ja, gerne. Können wir einbauen? Aber wir müssen erst mal gucken. Ist gerade Corona, ist nicht so gut, Sachen rumzuschicken, glaube ich. Wird das Minecraft mit Gino nachgeholt, jetzt, wo er erst mal nicht nach Japan kann? Unwahrscheinlich, weil Gino versucht ja, nach Japan zu kommen mit allen Mitteln. Das heißt, er versucht, das Land zu verlassen. Das heißt, ich glaube, ich werde ihn nicht mehr dazu bekommen, dass er hier ins Studio kommt und mit uns Minecraft spielt oder so. Wird Andi bei Eko mitmachen? Wäre voll cool. Das müsste Andi fragen, glaube ich. Also Andi hat da mitbekommen, dass wir das machen. Er kann gerne mitspielen, wenn er möchte, aber muss er auch nicht. Andi hat viel zu tun gerade. Der sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus bei Andi. Er hat echt viel zu tun. Würdet ihr noch einen Streamer bei euch aufnehmen für die Vampire, die von 3 Uhr bis X Uhr Streams schauen, ist nicht geplant. Und wir haben gerade echt, wir sind gut ausgelastet mit Streamern. Wir haben jetzt Andi da auch mit streamen, Maurice streamt und wir, also wir drei streamen ja auch die ganze Zeit. Leck, Leck, Leck. Oh Mann, was ist denn? Ich will kein Leck. Leck, bei mir läuft's. Rip. Leon freut sich schon. Leck. Andi will weh, wo ihr mitmachen? Lul, Lul. Monka, S. Lul, Lul. Monka, S. Lul. Lul. Frage an die Technikabteilung. Ich wechsle mal den Server nach dem Briefing. Okay, gut. Lecks sind back. Rip. Leck. Alles gut. Kein Leck. Ist doch nix. Leck, Leck. Ja, Leck ist back. Leck. Alarm. Rip. Leck. Leck. Leggy. Leck. Super. Leck. 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 Läuft. Easy. No. Leck. Kein Leck. MC Rip. Alles gut. Alles gut. Leck. Leck. Ja, was denn jetzt? Leck oder nicht? Bei manchen schon, bei manchen nicht. Ich mach mal den Stream an. Ich guck mal, wie es läuft. Auf dem Telefon. Also, ich kann ja hier einfach Start drücken. So, wie läuft denn unser... Hä, läuft doch. Da buffert er. Guck hier auch mal. Oh, Werbung hab ich. Hab keine Lecks. Leck um Mio, no Leck. Okay, weiter. Okay. Matteo hatte eingeworfen, dass er Cooking Simulator spielte und Andi nebenbei in echt kocht. Diese Idee finde ich gut. Auch wenn ihr meintet, dass es nicht möglich wäre, würde ich es gerne sehen. Wir haben dann nochmal drüber nachgedacht, das ist sehr, sehr schwer möglich, weil die Sachen bei Cooking Simulator halt 20 Mal so schnell gehen wie in Wirklichkeit. Das machen wir wahrscheinlich nicht, aber müssen wir mal schauen. Matteo, warum lässt du Black Mesa schleifen und spielst es nicht mehr weiter? Weil ich andere Sachen gerade lieber spiele als Black Mesa. Ich würde Black Mesa einfach nur weiterspielen, wenn ich gerade nichts anderes habe. Ist ein geiles Spiel, aber wir sind jetzt schon so weit. Keine Ahnung. Bei mir läuft auf dem Handy. Ja, das ist gut. Wie geht ihr mit Infektionsschutz vor Corona untereinander im Studio um? Wir waschen uns, bevor wir ins Studio kommen, die Hände und versuchen nicht zu achten im Studio zu sein. Also alle Meetings, die wir haben, werden von zu Hause aus gemacht und die Leute sind nur noch zum Streamen hier. Aber man muss halt auch sagen, wir sind halt alle Stumhocker, ne? Also von uns geht eh keiner mehr gerade so wirklich raus. Das ist korrekt. Aber ja, wir versuchen möglichst immer mit wenig Leuten hier im Studio zu sein. Korrekt. So, dann gibt es noch eine Frage. Könnte Matteo einrichten, RimWorld sonntags früher zu streamen? Montags müssen die meisten wieder arbeiten. VODs sind nicht halb untheilsam als Live-Aktion. Also bis 0 Uhr, nee, also von 21 bis 0 ist schon so mein Sweet Spot für RimWorld. Also unwahrscheinlich. Tut mir leid. Wird es von Niklas eine neue Single geben und wird das Fichmann aka Matteo Riccipandi als Special Guest auch einen Track mit Niklas aufnehmen? Ich plane das nicht. Ich glaube nicht, dass Niklas einen Track aufnimmt. So, sonst nur Rap-Fragen, Rap-Fragen. Ich glaube, wir haben alle Fragen durch. Ich sehe keine neuen mehr. Gut, dann war es jetzt das mit dem Briefing. Die Frage ist jetzt, also wir hören jetzt auf. Die Frage ist, ob wir neu starten. Maurice, leckt es noch oder können wir einfach weitermachen? Jetzt hat es sich wieder stabilisiert. Bei wem leckt es denn aktuell? Wartet doch noch bis zum nächsten Leck. Genau, wenn es das nächste Mal leckt, dann starten wir neu. Lädt stabil. Was? Gar nicht mehr. Was? Könnt ihr bis zum nächsten Leck nochmal weiter versuchen. Okay, gut. So, ich bin auf jeden Fall raus. Ich wünsche einen schönen Abend, liebe Freunde. Viel Spaß. Bleibt gesund. Und bis morgen. Ciao. Stell dir noch die Kamera ein. Geil. Weil sie dir noch nicht gut gefallen hat. Ciao. Sagen ist Wheelerne. Genau, wir müssen uns bisher wissen. ah-t目.